Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Company Update von GCM Mining auf RohstoffTV. Eine zufriedenstellende Goldproduktion im Rahmen der Unternehmensprognose, ein Wechsel des Firmennamens und eine positive PEA mit einer verbesserten Ressourcenschätzung in Guyana. Es tut sich einiges bei GranColumbia bzw. jetzt GCM Mining. Per 29. November verkündete das Management den Namenswechsel auf GCM Mining. Man ist zwar nach wie vor sehr stolz auf seine kolumbianischen Wurzeln, sodass man in Kolumbien weiter unter GranColumbia firmiert. Dort belief sich schließlich die Goldproduktion in Betriebssegovia im dritten Quartal 2021 auf fast 50.000 Unzen, verglichen mit 51.555 Unzen im dritten Quartal 2020. Im Oktober 2021 betrug die Goldproduktion auf Segovia 19.500 Unzen fast, womit sich die Gesamtgoldproduktion des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten aus Segovia bis Ende Oktober 2021 auf 4% auf fast 204.000 Unzen steigen konnte. Somit bleibt das Unternehmen auf Kurs mit seiner jährlichen Produktionsprognosen und hat die Spanne auf 203.000 bis 210.000 Unzen Gold im Jahr 2021 eingegrenzt. Doch der neue Firmenname GCM Mining spiegelt besser, die Strategie wieder durch Diversifizierung zu wachsen. Aktivität und Investitionen auf andere Länder auszudehnen und die Produkte auf andere Metalle als nur Gold und Silber auszuweiten. Mit dem Erwerb des Toroparo-Projekts in Guyana zu Beginn dieses Jahres in der Beteiligung in Denarius Silber und dessen Vorzeigeprojekt Lomero in Spanien hat GCM Mining bereits mit seiner Diversifizierungsstrategie begonnen. Man verfügt über eine starke Bilanz und ist vollständig finanziert, um Toroparo, eines der größten unerschlossenen Goldkuferprojekte auf dem amerikanischen Kontinent, zu bauen. Das beweisen auch die Kennzahlen aus der zuletzt veröffentlichten PEA. Ein Nettogegenwartswert nach Steuern von fast 800 Millionen US-Solar mit einem IRR-Nachsteuern von 46% und einer Amortisation von zwei Jahren sind beeindruckende Zahlen. Die gemeldete aktualisierte Ressourcenschätzung bildet dabei die Grundlage für dieses erfolgreiche Projekt. Im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung von GoldX Mining aus dem Jahr 2018 sind die gesamten gemessenen und angezeigten Goldressourcen um etwa 15% auf 8,4 Millionen Unzen Gold gestiegen und spiegeln einen Anstieg des durchschnittlichen Kopfgehalts von 0,91 Gramm pro Tonne auf jetzt 1,42 Gramm pro Tonne wieder. Heraus kommt ein Projekt mit langer Mienenlebensdauer, bei dem im ersten Betriebsjahr 2024 280.000 Unzen Gold und über den gesamten Zeitraum von 24 Jahren jährlich schätzungsweise 225.000 Unzen Gold sowohl im Übertage- als auch im Untertagebaubetrieb gefördert werden. Es wird erwartet, dass in der PEA insgesamt 5,4 Millionen Unzen Gold über die Mienenlebensdauer produziert werden, was einer Steigerung von etwa 20% gegenüber der vorherigen PEA entspricht, die von GoldX Mining im Juli 2019 erstellt wurde. GCM Mining hat bereits mit den vorbereiteten Bauarbeiten auf dem Gelände des Projekts Toro Power begonnen, da bereits die Erschließung des permanenten Mitarbeiterkämpfs der Landebahn und Erdarbeiten im Gange sind. GCM zahlt zusätzlich eine monatliche Dividende von 1,5 kanadischen Cent pro Aktie, was einer Dividendenredite von ca. 3,5% pro Jahr entspricht. Unser Freund und Figur Chart gab bereits mehrere Kaufsignale und wir haben ein Kursziel von 12 bis 14 kanadischen Dollar gesetzt auf die nächsten 2 bis 3 Jahre. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Das Unternehmen ist im SRC Mining Special Situation Certificate enthalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.